Oh scheiße. Oh nein, ich Idiot. Was ist los? Ich habe alter Fee gedrückt. Ich dachte, das wäre das Overlay. Nicht dein Ernst. Nein, das war schließen. Ja. Oh nein. Aber ich stehe relativ safe, hoffe ich. Ich versuche mal gleich zu joinen wieder. Das riecht ja schon gut an. Oh mein Gott. Da läuft... Achso, das ist ein Skaff. Hat mich gesehen. Ups. Ja, aber jetzt komme ich. Bin gleich da. Ich hoffe, du bist schnell da, weil die kommen gerade ein paar Skaffs zu uns. Ich bin da. Wo denn? Am Angreis oder? Ne, direkt vor uns. Zwölf wo ein blauer Container. Wir müssen entweder jetzt von links kommen, über den Banken, über das Bankenreis oder... Nein, das Spiel ist gecrashed. Nein. Ist so... LOL. Jetzt bist du aber komplett raus, glaube ich, oder? Ne, ich bin links von dir gewesen. Das sieht so aus, als müsstest du auf Toilette. Alter, hat der da eine Handgranate? Ne, das nimmst du. Wie viele Meter sind denn das? 50? 75? Bestimmt. Soll ich oder soll ich dich? So. Sag mal, soll ich einem Skaff ein Headshot geben oder nicht? Ja, ja, probier. Mach ruhig. Alt war Luft anhalten, ne? Genau, mit alt Luft anhalten, dann ist das ein besseres. Jetzt sollen wir aber schnell. Du hast noch nichts gemacht und bis jetzt schon am hecheln? Ich? Bin ich am hecheln? Doch. Echt? Okay. Wenn ich bei dir in der Nähe bin, dann... Okay. Finde mir das richtig laut. Das klingt wie so ein unheimliches Etwas in... in der Nacht. Ich glaube, das ist ein Bug von dir. Bitte? Ich glaube, das ist ein Bug von dir. Was denn? Lass du das hecheln? Ja, ja. Ja, das kann sein. Mhm. Das ist extrem laut. Das klingt, als wärst du gerade ein 100 Kilometer Marathon gelaufen. Mit einem Fuß. Mit einem Fuß. Soll ich das mal probieren? Jo. Rechts läuft ein Skaff. Okay. Boah, verzieht dermaßen die Waffe, ey. Wahnsinn. Was hast du denn da für eine? M4. Oh, okay. Gibt's hier Leuchtspuren? Äh, Tracer Munition gibt's hier. Ja, okay. Hier rechts, pass auf. Okay. Das war Warnungskopf, ne? Da ist noch einer. Pass auf. Muss hier vor uns sein? Ja. Ich seh ihn nicht. Da. Hab ihn. Okay. Der hat ne Schrotze gehört. Irgendwas sinnvolles dabei. Oh, da oben ist einer noch. Ja. Stimmt da hinten durch, ne? Ja. Hast du ein Schalldämpfer drauf? Ja. Okay. Oh Gott, mega leck. Kannst du nicht, dass das Spiel freest? Hm. Ich weiß auch nicht, wie das, woher das zustande kommt. Und manche läuft das Ast rein, wie Butter. Hm. Was? Ist halt noch in der Bete, ne? Ja. Okay. Okay. Ich seh nix. Auch nicht. Schlüssel von rechts. Ja. Gehen wir hier ins Haus oder gehen wir auf die Straße? Ja. Kannst du nicht rein. Achso. Müssen in unserem Gebäude rechts langhangeln. Kann es da in der richtigen Klangstelle sein? Komm, wir probieren das mal. Wollen da mitmischen. Jo. Jetzt geht's los. Das wird immer lauter. Hm. Das ist so... Was? Metall, ne? Metall? Ja. Stacheldraht. Achso. Ja. Links. Ja. Scheiß KV, ey. Der hat uns jetzt nicht die Position komplett verraten. Ja. Wo bist du jetzt hin? Äh, linke Seite an den Rohren. Okay. Guck hoch zur Tankstelle. Ist das noch? Ich bin an der Brücke. Ja. Wo bist du? Ich bin unten. Ah, du bist da. Ach, du bist da. Ich würde hier rechts hoch gehen. Hm. Pass nur auf von der rechten Seite. Wir können sich von der anderen Seite auch... Ja. Ich bin unter der Brücke durch. Rechte Seite. Hm. Hm. Das ist linke Seite an den Pipes irgendwo. Ja. Der muss irgendwo auf der linken Seite hier sein. Ja. Geht's gar nicht hoch. Geht's gar nicht hoch. Bist du mir zurückgelockt? Oh, Bisch. Auf dich? Jo. Hier. Links war der. Ja. War der über uns. Oh, glaub ich auch, ey. Nein, das hat mich geschenkt. Ich hab ihn doch nicht geschenkt. Alter. Alter. Junge, was war das denn für ein Übermensch? Ich war komplett down, ey. Du kannst mir doch nicht erzählen. Scheiße. Der ist von der Brücke untergeschwungen und uns beide sofort gefinished. Jo. A Hunter must hunt. Jo, alles gut. Ja, ist doch ein Cheater, ey. Krass. Das heißt, der war wirklich oben an der Brücke und ich hab... Ja, der hat wahrscheinlich von oben auf mich runtergezählt. Hat meinen Helm getroffen, dadurch hab ich halt einen Abklatscher bekommen, bin dann zurückgerannt und ist er von oben runtergesprungen. Ach, scheiße. Ah. Junge, Junge, Junge. Das ist krass.